Ach du Schreck, wo kommt ihr denn hier? Abscheulich Rang 1, wo habe ich das denn jetzt, vor allem was bringt mir das, gucken wir mal eben nach. Ähm, Waffen, nee, Daten, Fertigkeiten, Extras, Extras. Abscheulich, gegen Schadensbosen, gegen Abscheulichkeiten ist alles andere als abscheulich. Okay, das ist nicht schon mal, gar nicht mal so schlecht. Das nehmen wir mal alles mit hier. Die brauchen kann man sowas immer mal. Und dann sind wir jetzt hier auch falsch. Äh, gut, dann gehen wir hier mal wieder zurück und ich denke, wir müssen dann hier rein. Residential District, okay. Empfange Signale nahe ihrer Position. Sprengsätze. Achte auf Fallen. Ach du Schreck. Na, ist ja lustig. Jetzt müssten wir eigentlich hier nach Süden weiter, wie es aussieht. Gasbombe. Gasbombe? Alter, was haben die denn hier? Da sind wieder Sierra Madre Gedönse. Aktivieren. Was hast du denn so schön? Das ist eine Arzttasche. Das ist natürlich sehr schön. Körperteil wiederherstellen. Da sollten wir vielleicht mal den einen oder anderen mitnehmen irgendwann. Ich muss aber auf jeden Fall zu trinken mitnehmen. Gibt's nur nix. Verlassen wir das Ganze mal. Huch. Ach, zum Glück haben wir leichter Tritt oder wie das hieß hier. Da stöhnt doch wieder einer. Ich höre dich doch. Druckplatte entschärfen. Druckplatte entschärfen. Druckplatte deaktiviert. Jetzt haben wir hier Klebeband. Klebeband ist immer mal wieder gut. Ach, du Scheiße. Wehrfalle entschärfen. Wehrfalle entschärfen. So, jetzt haben wir zwei neue Gewehre, denke ich mal. Ja, den nehmen wir mal mit hier. Kaliber 20 Patrone. Was haben wir denn hier so schönes? Gegenstände. Waffen. Was haben wir denn hier? Kreuzschlüssel. Was? Keine Gewehre gerade bekommen. Na gut, dann nicht. Hier ist ja wohl alles. Laserschranke deaktivieren. Wo war die denn jetzt wieder mitgekoppelt? Tolle Laserschranke übrigens. Klasse, klasse. Naja, egal. Geben wir erstmal weiter. Also leichter Tritt ist hier echt nicht schlecht. Den nehmen wir auch mit. Hier haben wir noch ein paar. Sollte ich wirklich... Das kann ich echt jedem empfehlen, dieses Teil. Muss man mal eben gucken, wo... Das ist vielleicht eine dieser roten Gaswolken, wie mir scheint. Ähm... Jetzt möchte ich erstmal... Gegenstände möchte ich mal einmal haben. Hilfsmittel. Ich habe... Keine Hilfsmittel. Ich habe Stimpacks. Da nehmen wir mal eben eins von, um den roten Wolken gegen anzuwirken. Alter, was ist hier denn kaputt? Stimpack hat nachgelassen. Was? Wann? Wo? Wer? Ich denke, wir müssen hier weiter. Wir sind hier irgendwie falsch. Ähm... Weltkarte. Ne, wir müssten... Ach, da sind wir falsch gerannt. Okay. Das heißt, wir müssen hier und dann müssen wir jetzt hier irgendwo wieder hoch, denke ich. Oi. Dienstgeheimversteck. Patronen, Patronen, Patronen. Nehmen wir erstmal alles mit hier. Sieh, hier war noch wieder so eine lustige... Gedönskiste. Da liegt doch irgendwas da hinten. Was ist denn das? Speichern wir mal inzwischen und dann gehen wir mal gucken, was hier rumliegt. Wirkung der giftigen Wolke lässt nach. Das ist ja sehr schön. Ähm... Oh! Sprengfalle! Wo kommen die denn jetzt her? Da muss ich auf volle Kanne rübergerannt sein. Bärenfallenfaust. Hier müssen wir wohl weiter, wie es mir scheint. Eieieieiei. Druckplatte entschärfen. Wo wollt ihr denn jetzt wieder... Ach, sieh an da. Hier, Gewehrfalle. Gewehrfalle entschärfen, bitte. Danke. Ah, sowas hat uns also gerade in die Luft gejagt. Was habe ich überhaupt gerade für ein Extra bekommen? Da muss ich nochmal eben jetzt gucken. Extras. Gebildet. Nö. Schatzsuche. Schnorrer. Ich kann an diesem Ort also leider nicht schlafen. Das ist ja mal doof. Äh... Ich bin hier aber richtig. Ich werde... Na toll. Hier werde ich also weiter müssen. Ähm... Aufbereitetes Wasser. Und dann möchte ich noch... Zwei Stimpaks nehmen. Mich zumindest nicht mehr dehydriert. Ich werde hier auch runter müssen, wie mir scheint. Diese Wolke irgendwie umgehen. Älter Falter. Hier ist ja was los. Ah, hier. Guck mal. Munitionskiste. Sehr schön. Jetzt muss er natürlich wieder nachladen. Hier die Sau. Ja, und da hat er mich erlegt. Schade aber auch. Das heißt, Doc ist jetzt auch tot. Weil ich bin tot, dann ist er ja auch tot. Ja, ja, ja. Ist schon doof. Na gut. Ach, jetzt kommen wir hier wieder raus. Okay. Ah, ich hätte mal eben zwischenspeichern sollen. Vielleicht öfters. Metallkiste. Altmetall. Okay. Äh, hier wollte ich durch. Und schnell wieder raus aus der Wolke. Ja, 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 ja. Was haben wir jetzt gerade eben alles gefunden? Das möchte ich hier eigentlich nochmal eben zwischenspeichern. so. Wah. Na gut. Und hier sind wir doch irgendwie explodiert, oder träume ich das? Was war denn hier? Einmal schnell speichern. So, jetzt gehen wir hier mal hoch. Ah, da ist die alte Falle. Laserschranke deaktivieren. Okay, und jetzt muss hier irgendwo ein Sprengsatz gewesen sein. Ich den nicht nur jetzt gerade echt nicht sehe. Ah, hier, da. Okay, Sprengstoff ist also zu niedrig tief. Zumindest die Falle haben wir entschärft. Das ist ja schon mal sehr schön. Hört, seine Truhe ist nichts drin. Schlafen, Bett, nö, öffnen, Nachttisch, Lesebrille. Die nehmen wir aber auf jeden Fall mit. Was war das? Hier mussten wir weiter, genau, und da hinten ging es dann rum. Die nehmen wir auch mit. Warte mal, hier war doch noch was. Plotter entschärfen, jawohl. Gewehrfalle. Entschärfen, weil die schießt dann nämlich hier gegen und das Ding explodiert. Und dann haben wir gleich richtig, richtig schön Schaden reingedrückt bekommen. Das ist immer sehr schön. Sierra Madre Chips haben wir da schon wieder. Nochmal wieder schnell speichern. Man sollte immer mal wieder schnell speichern. So, jetzt müssen wir hier runter. War hier nicht immer noch eine Sprengfalle? Oder träume ich das gerade? Wo sind wir und wo müssen wir hin? Wir müssen hier weiter. Ja genau, komm da mal durch. Geisterfallenstelle ist bewusstlos und wir sind vergiftet. Ohaah, ich will nicht wieder raus. Immer alles durchsuchen hier. Ist das spannend. Hier gerade Hilfe. So, jetzt muss ich hier irgendwie rein. Ist hier noch irgendwas, was wir brauchen können? Hier da. Jetzt muss ich mir erstmal wieder ein Stimpack verabreichen. So. Haben wir das. Was liegt da? Cram. Sehr schön. Einmal schnell speichern. Wenn dieser Tourist sich mit mir anlegt, würde er es bereuen. Vielleicht sogar, wenn er es bleiben lässt. Was denn nun? Wenn er sich damit anlegt, wenn er es bleiben lässt. Was denn nun? Äh, wo bin ich? Wo muss ich hin? Ich muss hier weiter. Was ist hier, weil diese Chips drin sind hier? Wunschbrunnen oder was soll das darstellen? Ich denke mal, hier oben müssen wir hin. Ja, hier oben müssen wir hin. Eindeutig. Bleib zu hoffen, dass dieser Tourist sich etwas beeilt. Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. Okay. Verlassen. Ich denke, wir müssen hier nach oben weiter. Bleib zu hoffen, dass dieser Tourist sich etwas beeilt. Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. Bist du ein Ghoul oder bist du tot? Domino. Wir müssen Platz und dann unterhalten wir uns. Okay, ich platze mal. Das hier Ramatre. Ein echtes Schmuckstück. Hatte sie hierher eingeladen? Vielleicht haben sie ihre Stimme auch nicht per Funk gehört. Sind einfach nur verwirrt hier aufgewacht, wie wir anderen. Wenigstens atmen sie noch. Ja. Übrigens sollten sie nicht plötzlich aufstehen oder sich schnell bewegen. Ganz egal, wie unbequem der Stuhl ist. Das Kissen ist noziert. Hoffentlich explodiert das Ding nur in eine Richtung, sonst bringen sie uns noch beide um. Klingt so, als ob sie sich mit Heimwerken auskennen. Da ist ihre Mutti bestimmt mächtig stolz. Aber wenn sie ohne meine Erlaubnis aufstehen, dann blase ich ihren Arsch so hoch in die Luft, dass der Mond rot wie ein Cherry Pie wird. Ja, wenn du das sagst. Also machen wir es kurz und schmerzlos und bringen das Gespräch ohne Missverständnisse hinter uns. Ich brauche ihre Hilfe, um in der Sierra Marde zu gelangen. Oh, natürlich müssen sie das. Jetzt ist es fast so, als ob man uns mit diesen Riesen-Eheringen um den Hals verheiratet hat. Ich brauche sie zu, als ob man uns mit den Hals verheiratet hat.